Dritter Lauf Kurt Wacktboot Ah Wir sind nicht so früh. Ja, aber der Feder, der fährt einfach wohl. Das ist merkwürdig. Der hat heute Morgen noch nichts gelernt. Eie! Ja, das habe ich gesehen. Ich kann sonst nicht entlasten. So schön standen wir wieder. Das gibt es auch. Lassen Sie, lassen Sie. Jetzt ist es vorbei. Danke schön. Ich werde noch Kontakt herzuladen. Oh! Danke schön. Danke schön. Danke schön.